Was bisher sehr gut ist, ist, dass alle sehr stabil waren, dass sie die körperlichen Voraussetzungen mitgebracht haben, auch unsere Jugendspieler, dass sie die intensiven und langen Einheiten wirklich auch durchgezogen haben. Doppeltraining, meistens immer noch mit Aktivierung, vorher Video, dann Teamcoaching. Also das Programm war sehr gut gefüllt, aber die Jungs, also Chapeau, die haben wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Wenn wir da konstant arbeiten, wenn wir uns immer wieder gegenseitig fordern, wenn wir in den Kleinigkeiten sehr, sehr penetrant gegenseitig uns abverlangen, maximal konzentriert zu sein, dann bin ich überzeugt, dass wir weiterhin uns spielerisch entwickeln, die Trainingskonditionen und Hotels, Essen, alles ist brillant. Also wir sind sehr glücklich, hier zu sein und hoffentlich sind wir gut vorbereitet für das erste Freundliche Spiel. Man verbringt so viel Zeit miteinander, dass man auch immer abends Zeit hat, sich zu unterhalten. Beim Mittagessen, beim Frühstück, beim Abendbrot ist es so, dass wir ständig die Plätze tauschen. Also dass wir nicht so eine Gruppenbildung haben, sondern jeder unterhält sich mit jedem. Und da muss ich wirklich sagen, egal wo man am Tisch ist, glaube ich, man hat immer Spaß und hilft so einem Trainingslager schon sehr.